Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Company Update von Skinner Resources hier bei Rohstoff TV. Skinner Resources hat kürzlich mehrere Ankündigungen im Zusammenhang mit ihren Projekten in British Columbia gemacht. Zunächst unterzeichnete das Unternehmen die SK Creek Prozess Charter, eine Vereinbarung mit der Gemeinschaft der Tablan First Nation, die die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des SK Creek Gold Silber Projekts betont und Umweltschutz, soziale Verantwortung und wirtschaftliche Beteiligung der Gemeinschaft betont. Darüber hinaus hat Skinner Resources hochgradige Gold und Silbergehalte in der Zone 21a West des SK Creek Projekts identifiziert. Bohrungen ergaben einen Durchschnitt von 18,18 Gramm pro Tonne Gold und 13,02 Gramm pro Tonne Silber über eine Länge von 9,26 Metern. Dies deutet auf eine potenzielle Erweiterung der Mineralressourcen in dieser Zone hin und erhöht das Potenzial für eine zukünftige Erweiterung der Ressourcenbasis des Projekts. Kürzlich wurde nun noch bekannt gegeben, dass das Unternehmen weiterhin zu 100 Prozent im Besitz des SNIP Gold Projekts bleibt. Eine Vereinbarung mit Barrick Gold ermöglichte es Skinner Resources, die Rückkaufrechte von Barrick am SNIP Gold Projekt zu erwerben und somit die vollständige Eigentümerschaft des Projekts beizubehalten. Das SNIP Gold Projekt ist ein hochgradiges Goldvorkommen und ein bedeutender Teil des Gold Projektportfolios von Skinner Resources in Kanada. Mit diesen Entwicklungen setzt Skinner Resources seine Bemühungen fort, die Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften in der Region zu stärken und das Potenzial seiner Projekte, insbesondere des SK Creek und SNIP Gold Projekts weiterhin zu erkunden und zu entwickeln. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochene Aktie ist Teil des SRC Mining Special Situation Certificates. Ebenfalls bin ich Aktionär vom besprochenen Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.